In diesem Video differenzieren wir Jira und Confluence. Was sind die Unterschiede? Wie kann die beiden Tools zusammenarbeiten? Hey, mein Name ist Fabian Kaiser, ich bin Co-Gründer der Agile Heroes und wir erklären dir anhand Agilität, wie du noch erfolgreicher werden kannst. Und beim Thema Agilität kommt man am Thema Jira und Confluence überhaupt nicht vorbei. Das sind die beiden meistgenutzten Tools in der agilen Welt, im Projektmanagement vielleicht sogar generell. Suchst du ein Projektmanagement-Tool mit Workflows, mit einer einfachen Funktionalität der Darstellung der To-Dos, mit einer einfachen Funktionalität der Berichterstattung, dann empfehle ich dir ganz klar Jira. Jira ist als ein gutes, agiles Projektmanagement oder ein IT-Ticket-System und bildet sehr gut Kanban oder Scrum-Prozesse ab, auch mit einer Dynamik, das heißt, dass Tickets oder To-Dos automatisch verschiedene Prozesse durchlaufen. Dafür ist Jira wirklich wunderbar. Confluence auf der anderen Seite ist wie ein einfaches Blatt Papier, musst du dir vorstellen. Ein Blatt Papier, das du völlig frei beschreiben kannst mit Texten, mit Grafiken, mit Dateien, die du ablegen kannst, mit Tabellen und wo du mit deinem gesamten Team kollaborativ zusammenarbeiten kannst. Unserer Meinung nach kann man nicht sagen, ich benutze nur Jira oder nur Confluence, weil es beides komplett unterschiedliche Use Cases sind, nämlich Jira, um einen Workflow abzubilden und Confluence, um zu dokumentieren im weitesten Sinne. Wenn du nach meiner Empfehlung oder unserer Empfehlung fragst, dann sagen wir immer, benutze beide Tools zusammen. Und das Besondere ist, Jira und Confluence harmonisieren, harmonieren wunderbar zusammen, weil beide ja von Atlassian sind. Das heißt, die Schnittstelle ist ungemein gut. Man kann Tickets aus Jira in Confluence darstellen lassen oder Artikel aus Confluence in Jira abbilden. Und aus dem Grund empfehlen wir immer, wenn man ein Dokumentations- und eine Art Projektmanagement-Tool haben möchte, dann sollte man sich am besten für Jira und Confluence in Summe entscheiden. In diesem Sinne hoffe ich, konnte ich dir noch einen Einblick darüber geben, welche Vor- und Nachteile Jira und Confluence zusammen haben und vor allen Dingen, was die Unterschiede der beiden Tools sind.